Und damit willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords in der nächsten Aufnahme. Ja, wir befinden uns auf dem wundervollen Eiland Tarkarigua und jetzt einfach mal mit unserem Homie Bones hier an Land. Schauen wir uns hier mal um. Endlich schickt jemand nach mir. Ich dachte schon, man hat mich vergessen. Du scheinst selten Besuch zu kriegen. Gold, richtig, Junge. Zivilisten triffst du hier kaum noch. Dafür umso mehr Soldaten. Und die machen nur Ärger. Dieses Park von der Inquisition besetzt einfach meinen Leuchtturm. Da hatten sogar die Piraten mir Ehre im Leib. Ich bin auf der Suche nach einer Piratenbraut namens Patty. Patty? Patty? Moment, du meinst doch nicht etwa Stahlbartstochter? Genau von der rede ich. Du kennst sie also? Die ist vor einiger Zeit hier gewesen. Aber lange geblieben ist sie nicht. Soweit ich weiß, ist sie zusammen mit einer Horde Piraten nach Kila gesegelt. Ich hoffe, das wird dir bei deiner Suche weiterhelfen. Was kannst du mir über Tarkarigua erzählen? Als Gouverneur di Fuego noch das Sagen über Puerto Saccarico hatte, da blühte der Handel. Das einzige, was einem jetzt noch blüht, sind im Stechschritt marschierende Idioten der Inquisition. Wüsste zu gern, was in Puerto Saccarico vor sich geht. Du musst wissen, dass das Letzte, was mir zu Ohren gekommen ist, nicht sehr erfreulich klang. Die sind wohl drauf und dran, einen Fremden aufzuknüpfen. Was weißt du über die Inquisition? Früher haben die ihre dicken Hintern breit gesessen und uns einfache Leute in Ruhe gelassen. Aber seit diese toten Kopfhüllen überall aus dem Boden kommen, geht es hier drunter und drüber. Ihr Kommandant, dieser Sebastiano, hat die Nerven verloren und seine Kundschafter losgeschickt. Aber anstatt ihre Arbeit zu tun, nehmen sie mal den Leuchtturm in Beschlag und machen sich einen Lenz. Hm, das klingt ja nicht so gut. Wo genau liegt dieses Puerto Saccarico? Nordwestlich von hier. Doch Vorsicht ist geboten. Überall auf Taccarigua lauern Gefahren. Okay, und wie komme ich am schnellsten nach Puerto Saccarico? Im Landesinneren, nicht weit von hier, kampiert im Norden seit kurzem ein Soldat namens Vasco. Sein Lager liegt auf dem direkten Weg nach Puerto Saccarico. Gut, das werde ich schon finden. Danke. Sei aber vorsichtig. Der Dschungel ist gefährlich. Wir können auf uns aufpassen. Ein Fremder, den die Inquisition aufknöpfen will? Naja, viel weiß ich nicht über ihn. Soll wohl mit den Magiern im Bunde stehen. Und das sehen die Soldaten gar nicht gern. Wenn du seinen Hintern retten willst, solltest du dich beeilen. Oha, ja. Ich sehe mich für dich mal in Puerto Saccarico um. Das ist nett von dir, Junge. Weißt du, hier draußen erfährt man eh zu wenig. Schon mal an eine Brieftaubenzucht gedacht? Brieftauben? Vergiss es. Ja. Waren auf Taccarigua früher nicht auch mal Piraten? Sind alle weg oder tot? Ihr Nest im Osten wurde komplett zerstört. Da kommt niemand mehr hin. Das Land wird jetzt von den Schatten kontrolliert. Hm. Was dein Soldatenproblem angeht. Irgendeine Idee, wie ich sie von deinem Leuchtturm vertreiben kann? Hm. Lass mich mal überlegen. Tanner lässt sich sicher durch ein paar Schläge beeindrucken. Aber Holtby... Tja, du müsstest schon was gegen ihn in der Hand haben. Sprich einfach mit ihm. Vielleicht ergibt sich da ja was. Das machen wir doch. Ich kümmere mich darum. Großartig. Sollen sie doch Tag ein, Tag aus auf Patrouille gehen. Ich bin einfach zu alt dafür und will meine Ruhe. Was springt für mich dabei heraus, wenn ich dir helfe? Die Hosen eines alten Mannes willst du wohl nicht haben, was? Sieh mich an, ich trage nichts bei mir. Nicht mal eine Buddel haben die beiden mir gelassen. Ein paar Goldmünzen wirst du doch wohl haben. Gut, wenn du mir hilfst, gebe ich dir, so viel ich entbehren kann. Außerdem kann ich dir ein paar Buddeln Rum verkaufen, wenn ich meinen Leuchtturm zurück habe. Ah, okay. Scheint ein bisschen so zu sein, als wären die Dinge auf Takarigua ein bisschen, ja... ...außer Kontrolle geraten, könnte man sagen. Ja, und uns kommt mal wieder die zwei doch sehr, sehr zweifelhafte Ehre zu, hier nach dem Rechten zu sehen. Weil das geht ja aus den Berichten von dem Herrn Jack hier gerade sehr eindrucksvoll hervor. Nämlich, dass diese Totenkopfhöhle, die wir auf der Insel vorhin gesichtet haben, also in der letzten Aufnahme, ist das scheinbar kein Einzelfall, wahr? Ich würde sagen, bei uns... ...bei uns Hilfe. Ich würde sagen, der darf gerne mitkämpfen, der Herr. Boah, das seht ihr noch. Bei uns hat es jetzt ja auch, kurz zuzuschlagen. Ich dachte, das Vieh wäre tot. Oh, Mann. Hey, du. Angetreten. Aber ein bisschen flott. Was willst du denn? Glaubst du, du könntest dich hier so durchmogeln, was? Geht so freundlich, ja? Du, werd bloß nicht frech, Freundchen. Sonst blüht dir das Gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Ich glaube, das ist der, den wir auf die Fresse hauen sollen. Also gut. Was willst du von mir? Schon besser. Schnapp dir ein Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst. Kehr deinen Mist alleine. Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Ich glaub, dein Vater hat dich nicht genug verhauen. Kann das sein? Pass auf deine Zunge auf. Sonst setzt es was. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? Ja. So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Ich denke, ich geb dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her. Dieser Turm ist die reinste Todesfalle. Auf mich wirkt er ziemlich harmlos. Lass dich ja nicht täuschen. Wer weiß, wie viele Ratten oben im Turm hausen. Wenn du nicht Acht gibst, stürzen sie sich auf dich nieder und kratzen dir die Augen aus. Ja, diese bösen Ratten. Oh Gott, ist der stark. Stab ihm das Maul. Okay, da müssen wir mit ein bisschen Technik vorgehen gegen die guten. Geht doch. Holen die K.O. nicht töten. Was ist passiert? Los, komm hoch. Man, mir brummt der Schädel. Hau bloß ab. Die eigene Medizin ist meistens die bitterste. Spar dir deine schlauen Sprüche. Ab jetzt tust du, was ich sage sonst. Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Ja, ähm. Genau, Jacks Ablösung. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und, wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. Geht doch. Warum immer erst mit Gewalt? Ich brauche einen Dietrich. Ja, unbedingt. Das ist Nummer zwei hier. Okay. Besen, können wir auch mitnehmen. Okay, machen wir. Moment, Teleportstein. Nehmen wir mit. Doch, aber es ist mir egal. Genau, dann aktivieren wir mal gleich erstmal den Teleporter hier. Geht doch. Ja, wenn wir jetzt Teleporter aktiviert, damit könnten wir uns von Teleporter zu Teleporter beamen für schnell reisen. Sofern wir denn, ähm, ja, mindestens einen zweiten Teleporter hätten, wo wir hin reisen können. Hey, Zivilist, hast du dich verlaufen? Ich seh mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach, was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tenna dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Saccarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben es einfach nicht drauf. Was ist das denn für ein Idiot? Was machst du hier oben außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Hm. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Aber nur damit du es weißt. Unterhalb des Leuchtturms hast du dich nicht herumzutreiben. Das war schon mal ein guter Hinweis. Dass wir sein Tagebuch haben, verraten wir ihm mal besser nicht. Ich glaube, da könnte dann vielleicht etwas gereizt reagieren, der gute Mann. Runterm Leuchtturm sollen wir uns nicht herumtreiben. Okay, das heißt, es muss irgendwo in der Höhle sein. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Das dürfte dann wohl diese Höhle sein. Die wir uns mal näher angucken sollten. Na komm, bei uns. Oh Gott, ein Pool auch noch. Ah, das ist hier schon wie viel Massenkeilerei. Bei uns Hilfe. Oh Mann. Sind das viele. Bei uns, wir sind immer die Höhle hinten. Die Warzenschweine sind nicht so wichtig. Oh, diese Zählen-Guhle. Mensch. Bei uns. Das Mauter die ganze Zeit auf das eine Warzenschweine ein. Ich würde es nicht hoffen, weil das wäre ja ziemlich traurig. Meine Güte, wir können dann zwei Gute so lange aufhalten. Meine Güte. Zähl, Mistviecher. Ah, da ist das andere. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber echt, ey. Bei uns. Oh Gott, was ist das? Den Windwurm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen, als ihn einfach klein zu schießen. Meine Güte. Was war das für ein Riesenvieh? Der war knackig. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Okay, Bones hold up. Der hat irgendwas gefunden, scheinbar. Bei irgendwen. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich bin in keinem Kampf. Mann. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall kein Kampf mehr. Interessant. Pickens Schatz. Okay. Bananen, Grogrum und Gold. Interessant, warum auch immer in dem Schatz Bananen sind. Und wer ist Picken? Höchst mysteriös hier alles. Oh Mann. Termiten. Habe ich nicht vermisst. Ja, Bones. Dann gibt es eine Waffe auch mal was zu tun. Und schwing nicht nur groß reden. So, und die Termiten noch klein geklopft. Der will immer gleich alles opfern da bei uns. Das ist furchtbar. Voll gewalttätige Mensch. So, was haben wir hier? Oh Gott, noch eine Termite. Mann. Ich bin einfach in Ruhe hier, mein Viecher. Bei uns wärst du so freundlich, irgendwie mal auch was zu machen? Ich meine, meine Gute ist dafür da, um uns... Geh, um für uns zu kämpfen und nicht... Oh, hier ist ein Sprengfall. Einmal, hüpf. Oh Gott. Die Viecher waren in Ruhe sind zwei ziemlich hässlich. Sind voll die starken Gegner unterwegs schon. Haha, ausgewichen. Na, komm. Na, komm. Stimmt, du Misty. Oh Gott, ist die C gewesen. Holtby's Truhe. Das ist doch schon eher interessant. Die ist gut. Jacks Wertsachen. Scheinbar hat der gute hier Jack ausgeräubert. Warten wir mal kurz darauf, dass Bones wieder aufholt. Der sollte ja eigentlich gleich mal hier seinen Weg zu uns finden. Hoffe ich zumindest. So. Den mal raus aus dem... Tunnel hier. Äh, Tunnel sei schon. Hülle. Mensch. Äh, ich bin unkonzentriert. Na ja, erstmal zurück zu dem... Deppen Holtby. Den mal ein bisschen... Ja. In den Hintern treten. Denn wir können ihm jetzt beweisen, dass er durch den Wetter Jack ausgeräubert hat. Und vielleicht ist er denn ja etwas kooperativer, wenn wir ihn erpressen können. So. Ich hab dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Mit der Tür ins Haus fallen. Finde ich gut. Verdammt. Okay, ich geb's zu. Ich hab Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Taschenkontrolle. Her mit deinem Gold. Finde ich gut. Was soll ich denn ohne mein Gold machen? Anfangen zu sparen. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht. Cool. Geld. Neuer Befehl. Mangroven bewachen. Aber du hast doch... Dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. Hm. Finde ich gut. So. Fangen wir jetzt mal wieder ein bisschen Proviant. Das war auch mal längst nötig. 41 statt... Was hatten wir eben noch? Drei? Vier? Weiß ich nicht mehr. Dann können wir Jack erstmal die frohe Kunde überbringen. Muschel. Was brauchen wir mit dem? So, Jacky. Was dein Soldatenproblem angeht. Du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte ich werde die zwei nie los. Dank dir mein Junge. Gerne. Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da. Da sollst du haben. Hier. Das hatte Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nichts sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Oh. Vielen Dank, Jack.